So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Agner90 mit Let's Play Metroid SM! Jetzt geht's auch hier weiter, nachdem ich endlich mein neues Headset jetzt habe. Mein neues, wunderbares, Sennheiser Headset. Okay, ich hab ein paar Sachen geguckt, wie es weitergehen könnte. Ich musste ja mir den Müssl-Container nochmal holen. Das habe ich auch schon gerade eben erledigt, deswegen gehe ich weiter, weil ich vorhin ja letztens aufgehört habe. Äh, einfach. Okay, benutzen wir den Computer. Benutzen! Warte. Nose! Ich hätte vielleicht erst drüber laufen sollen. Failure. Okay. Was ist hier unten? Sturm. So ist nichts weiter. Ha, okay. Schauen wir mal. Da ist er. Das ist zu auffällig, da. Äp. Äp. Komm. Da rein. Epp. Danke. So. Stirb. Äh. Wie komme ich da jetzt bitte durch? Ha. Ich hab vielleicht eine Idee. Schauen wir es mal. Lalalala. Ja. Hoch mit dir. Hoch, Samus. Und aktivieren Computer nochmal. Wir bauen die Brücke wieder. Gib uns Brücke. Ne? Nochmal in Brücke? Okay. Laufen, 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 laufen. Schauen wir es mal durch. Was ist denn das? Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Hier schauen wir nichts. Hm, probieren wir es mal mit dem da. Wahrscheinlich aber auch nur die Brücke. Ja. Okay, ich glaube ich habe noch eine Idee. Epp. Auch nicht. Der führt irgendwo hier lang. Läuft da durch. Dann kommt man irgendwo hier raus. Und er ist hier und er ist irgendwo da Ende. Hier ist aber auch was. Moment, Moment. Ne. Ich probiere es nochmal. Einfach probieren, einfach gucken. Vielleicht finde ich es ja raus. Lalalala. Ja. Okay, hier ist nichts. Wo ist das? Das ist ein Stück dahinter. Jetzt verstehe ich es. Okay, Moment. Ich überlege mir kurz was, wie ich das machen soll. Vielleicht so. Ja. Und bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar. Darum geht es. Haha. Hier rum. Durch diesen Gang. Da habe ich jetzt mal Offscreen gesucht. Beziehungsweise mich mal selbst angeleitet dorthin. Was haben wir denn da? Ja, was bist du denn? Ja, grüß Gott. Normal Missile. Was ist denn? Okay. Missilecontainer halten. Okay. Ja, ich will explodieren. Okay, dann nicht. Schade. Ich hätte gerne die Powerbomben. Die wären bestimmt amüsant, denke ich. Okay. Da haben wir das jetzt. So. Dann weiß ich inzwischen, dass meine letzte Idee nicht um dich falsch war. Weg. Lass mal. So, aufladen. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Auf. Laden. Ah ja, genau. Jetzt sind wir bei dem Rätsel wieder. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Komm vorwärts. So. Diese blöden Fische sind ziemlich nervig, muss ich sagen. Die mag ich mal gar nicht. Lauf, Samus. Lauf. Ah, ne, moin, das war falsch. Nee. Ich bin dumm. Also momentan irgendwie läuft's. Ah, nicht so mit Metroid zocken. Bin so dumm. Alter. Hör furcht zu. Oh, no, 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 man. Verdammt. Verreckt doch. Oh, ich bin zu dumm, unter Wasser mich groß zu bieten. Alter. Die Viecher sind mal sauer. Eklig. Ey. Nein. Verpissen. Wahrscheinlich kennt ihr da super mega coole Tricks für. Die ich nicht kenne. Stirb. Äh. Genau da war's. Äh. Das war mit Auflade. Charge. Genau. Lade. Piep, piep. Piep, piep. So. Ähm. Was haben wir hier? Hier war auch irgendwas. Das Ding. Speed Booster. Ja. Genau. Da haben wir ja rausgefunden, dass es ein Speed Booster hier gibt. Auf jeden Fall unter Wasser werde ich mal angebracht. Äh. Super langsam Modus. Hier war übrigens ein Missile Container. Den wir schon in der letzten Folge geholt haben. Ich aber jetzt nochmal holen musste. Und äh. Bla. Aber gut. Ja. Super hoch. Nicht springen. Okay. Genau so war das. Wow. Das war knapp. Das war noch knapper. Das war okay. Ja. Hier blinkt ja jetzt, dass hier was wäre. Aber. Hier ist ja. Oh was. Aber. Da wussten wir nicht wo. Ähm. Wenn ihr wisst, wo das ist. Falls ich noch nicht gefragt habe. Sagt's mir. Dann hol ich's mir. Wenn ich wüsste. Aber gut. Ich geh mal. Weiter. Ja. Okay. Genau das war der Raum da. Okay. Dann würde ich sagen. Ich überleg mir was. Schau mal kurz nach. Wie der jetzt gehen soll. Ich lass mir was einfallen. Und bin gleich zurück. Ja. Da bin ich wieder. Ich möchte jetzt was ausprobieren. Ich hab noch mal kurz in mein altes Video reingeguckt. Um zu sehen, wie das gehen könnte. Boah. Die Fische. Wie das hier funktionieren könnte. Weg damit. Und Kraut. Okay. Ähm. Da ich ja mit dem Wasserstand spiele. Muss man jetzt erstmal wieder überlegen, wie ich da hochkam. La la la. Uah. Ich komm nicht ganz hoch. La 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 la. Wo war die Stelle, an der ich hoch konnte? Hier? Ah. Jetzt lagts wieder. Nicht so gut. Wow. Okay. Äh. Ich schau was sich gegen die Legs machen lässt. Moment. So. Okay. Ich probier's jetzt mal weiter. Ähm. Ich hoff die Legs lassen jetzt nach. Ich hab's ein bisschen kleiner gemacht. Okay. Ich bin jetzt schon mal aus dem Wasser rausgeklettert. Und zwar hier links. Ganz links am Rand. Falls jemand das auch sucht. Und äh. Ich aktivier jetzt mal das Ding, wenn ich hier drauf stehe. Stirb. Okay. Das war Failure. Okay. Doch mal. Ja. Subabin. Okay. Wasser. Elevator goes up. Okay. Ähm. Erstmal gucken. Erstmal gucken. Okay. Hier gehen wir ja zurück. Das heißt hier ist es schon mal nicht der weitere Weg. Dann. Darum. Näh. Näh. Nicht reinfallen. Okay. Dann würde ich sagen wir springen mal nach rechts. Ja. Ich hab's geschafft. Ich fühl mich cool. Okay. Dann. los. Ja. Ja. Fische. 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 Ich mag die nicht. Habe ich das schon mal gesagt. Glaube ja. Okay. Genau. Und das will ich stellen, der ich festziehen. Und zwar mir ist die Idee gekommen. Dass wir an den unteren Inseln was dann sein könnte. Und da ist es auch. Sehr schön. Joa. Was auf so. Okay. Genau. Und dann wieder hoch. Wie logisch. Und dann springt man so fehl wie ich. Indem man Arknine 907 heißt. Und dann sowas verzapft. Und zwar hier. Boah. Boah. Nein. Boah. Samus. Wenn du da jetzt reingefallen wärst. Boah. Und da geht das Wasser anscheinend dann wieder hoch. Okay. Wir müssen viel mit dem Wasserstand hier spielen. Boah. Okay. Quasi so. Ha. Da muss ich einfach gleich noch probieren. Ich spring einfach mal vollen Herzens. Elegant dagegen. So wie mir jetzt mit aufgeladen. Schadspieler zu nehmen. Aber. Das ist auch nichts. Äh. Kann ich da mehrmals tun? So. Hier. So. Werd er rauuuf. Rejo. Ähm. Nee. Nee. Das für ein Kack. Nee. Das ist schwieriger jetzt auf jeden Fall. Ich werd hier sozusagen angedockt. Ich könnte oben. Moment. Geht's von hier aus weiter? Nö. Das ist auch so. Ich nur ab. Okay. Das war jetzt nicht so klug. Ähm. Hm. Okay. Ähm. Ich glaube ich mach fast. Ja ich weiß nicht. Cutten? Nee. Nee. Nicht cutten. Äh. Ablober blubber 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 blubber. Oh saufen. Ich bin Genie. Okay ähm. Lars. Ich merk grad ich muss mal dringend. Auf Klo aber. Weiß nicht. Egal. Ich schneide jetzt kurz schauen wie das geht und die Mappinkeln ist gleich. Du schiffst mir gern. Ich glaube ich.